Auf dem Trottoir liegt eine Matratze. Jemand hat mit schwarzer Farbe Sleep draufgeschweben. Darunter ein anderer mit roter, mit dir. Im Kino saßen nur sieben Personen, davon drei Schwangere. Augenblicklich glaubte er im falschen Film zu sein. Als einer der Schwangeren kurz nach Beginn des Films entsetzt aufschrie, wusste er, nicht er, sie war im falschen Film. Untertitelung des ZDF, 2020 Du rennst und rennst und die ganze Scheiße rennt hinterher. Du wirst ein Mal hurtig. Bis dahin!